Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Fade Hunters. Wir spielen eine neue Runde mit dem Inquisitor und versuchen heute mal wieder weiter zu kommen. Das Lustigste ist, wir sind ja noch nicht mal wirklich weit gekommen und es gibt hier noch den schweren Modus. Ja, wir starten mal und gucken, was wir erreichen. Wir werden die gleiche Taktik nutzen wie beim letzten Mal. So wenig Karten wie möglich. Höchstens 20 oder 25. Das ist so das Ziel. Wir gucken erstmal, was wir hier kriegen. Macht keinen Unterschied. Wir machen vier Schaden, das war schon mal gut. Ja, dann machen wir das hier so. Zieh eine Karte. Jetzt ist es egal, wir machen da keinen Schaden. Wir können die Karten trotzdem ausspielen, aber es bringt nichts. So. Okay. Wir gucken mal, was wir ziehen. Ja, okay. Es reicht wieder nicht. Wir können aber uns auf jeden Fall schon mal den... Ja, wir hätten es vielleicht aufsparen sollen, aber den Damage schenken. Ja. Okay. Na, diesmal schaffen wir es. Sehr schön. Okay. Zieh drei Karten und wirf dann zwei Karten ab. Das könnte ganz gut sein. Verbanne mit ein oder weniger Angriff. Reduziere den Angriff gegen eine Kreatur um zwei. Das ist eigentlich ganz gut. Damit können wir uns Damage sparen. Oh, keine Karte kriegen wir diesmal. Oder ich habe es übersprungen, weil ich zu schnell hier drauf geklickt habe. Aber okay. So, der Hund macht erstmal... Wir können das hier schon mal hier machen, dann macht er uns keinen Schaden. Wir machen das. Heilen uns einmal. Ziehen den Gürtel. Machen ihn einem Schaden und dann ist er dran. Ach, der ist dauerhaft gesenkt. Boah, die Karte ist ja richtig stark. Ich dachte nur für einen Zug. Und das ist gut. Und das gilt für jede Karte. Okay. Reserve. Am Ende seines Zuges wird diese Karte nicht abgeworfen. Ziehe zwei zufällige Trankkarten von deinem Ziehstapel. Füge einer Kreatur einen Schaden zu, ziehe eine Karte und wirft dann eine Karte ab. Das bringt halt Geschwindigkeit rein. Heilsalbe nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die Karten lassen wir mal. Ich werde das strikt so durchziehen. Ah, der Goblin-Schamane. Ja, ja. Der Uga ist auch ein Problem. Damit könnten wir Wundenkarten entfernen, wenn wir mal da ein Problem haben. Hiermit dürfen wir nochmal ziehen. Also wir werden versuchen, Karten zu priorisieren, die uns Karten ziehen lassen, damit wir die Karten nochmal schneller reinbekommen. Damit wir so einen Flow bekommen. Kriegen wir davon irgendwas weg? Wir kriegen den kleinen Schleimling weg. Nee, aber auch ihn hier. Nee, doch vielleicht. Mal schauen, was wir ziehen. Ja. So, dann ist der weg. Wunderbar. Und dann machen wir hier Schaden, weil der regeneriert sich. Und ja. So, und dann aktivieren wir das. Der macht uns keinen Schaden mehr. Boah, das ist eine richtig starke Karte. So, vielleicht ziehen wir was Gutes. Ja, das reicht leider nicht. Aber der wird uns keinen Schaden mehr machen. Das ist das Tolle. Ah, das ist... Ah, doch, vielleicht ziehen wir hier. Ja, okay. Sehr schön. Schwert der Flüche fügt einer Kreatur 6 Schaden zu und lege eine Fluchkarte auf dein... Das nehmen wir nicht, weil die Fluchkarte würde unser Deck dann irgendwann aufblähen. Weil wir diese Karte dann sehr häufig einsetzen würden. Das hier können wir mitnehmen. Weil einmal verwendbar. Ähm, wir nehmen das hier wieder mit. Weil damit können wir unser Leben wiederherstellen. Ach, der Skelettkrieger. Ja, drei Leben und drei Schaden. Werden wir erstmal reduzieren. Wir hätten den hier rein theoretisch auch besiegen können. Oder beziehungsweise den eher. Aber er macht ja genauso Schaden, weil wir ihn reduziert haben. So, Goldmünzen nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. War mal ganz gute Karten. Wir gehen mal in den normalen Raum. Wir müssen hier nicht unbedingt in den schweren Raum. Ähm, ja. Okay, wir werden erstmal heilen. Der macht uns keinen Schaden mehr. Dann machen wir das mal hier so. Okay, wir werden uns erstmal heilen. Machen ihm Schaden. Zack, da ist der weg. Und dann können wir uns hier um ihn kümmern. Bis jetzt läuft das eigentlich ganz gut. Aber gut, das hatte ich auch in der letzten Folge. Zeitweise gedacht. So, was haben wir hier? Drei Karten. Wow, das ist stark. Das nehmen wir auch mit. Das sind alles einmal verwendbare Karten. Ähm, die machen unser Deck jetzt nicht so schwer. Wir gehen mal in den schwachen Raum. So, wir gehen mal die umgekehrte Richtung quasi. Okay, wir werden erstmal ihm hier verbieten uns Schaden zu machen. Wir ziehen eine Karte. Wir werden ihm hier Schaden geben. Heilen uns. Beenden den Zug. Kriegen damit nur zwei Schaden. Ja, also diese eine Karte, die ist richtig stark. Die quasi verhindert, dass wir Leben. Äh, die verhindert, dass die Gegner mit voller Stärke angreifen. Genau. Vor allem können wir damit, wenn wir die hier häufig ziehen, ja sogar an einzelnen Gegnern immer wieder schwächen. Da wäre vielleicht früher gewesen, das hier einzusetzen. Hätten wir hier einen mehr Schaden machen können. Äh, okay, eine Verstärkung. Interessant. Ja, gut, ist egal. Wir machen jetzt erstmal den hier kaputt. Ähm, sollen wir drei Karten? Ne, die, das ist eine wirklich starke Karte. Die brauchen wir eher später bei den, ähm, Boss-Gegnern. So, machen wir mal Schaden. Ziehen mal was. Ja, okay, ist egal. So. Und damit haben wir ihn auch besiegt. Und dann kommt schon der Bossraum. Ja, keine Beute. Wer hätte das gedacht? Okay, Schafrichter füge einer Kreatur mit zwei oder weniger Angriff, sechs Schaden zu. Das ist eigentlich gut. Die Kombination mit der anderen Karte ist ja mal richtig stark. Also die Karte, wo wir die, äh, Gegner schwächen. Oh nein, nicht schon wieder. Der Kessel. Aber wir können direkt sagen, dass er keinen Schaden macht. Das ist schon mal ganz gut. Gut, wir könnten drei Karten ziehen, das machen wir auch. Hat uns jetzt nur wenig gebracht. Wir verteilen das hier. Ähm, der regeneriert. Wir kriegen ihn nicht down, das ist schon mal schade. Wir können aber den Angriff reduzieren, damit er uns keinen Schaden macht. Und ansonsten schwächen wir eher ihn. Und ja. Okay. So, da haben wir einen besiegt. Das ist schon mal gut. Wir machen hier auf jeden Fall nochmal zwei Schaden. Besiegen ihn damit. Ziehen eine Karte. Äh, machen hier einen Schaden. Und wir können hier auf jeden Fall... Besiegen wir den oder... Ne, wir machen hier Schaden, damit wir den weg haben. Alles andere wäre blöd. Genau, wir haben ja jetzt nur ein Damage gezogen. Ist also in Ordnung. Ja. Okay, wir müssen den Zug beenden. Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen mehr Schaden. Aber sollte trotzdem kein Problem sein. Ja, wir können auf jeden Fall jemanden wieder schwächen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen von... Den Schreckenswölfen hier schwächen. Machen hier sechs Schaden. Wir machen vier Schaden. Das heißt, wir könnten einen Zombie wegbekommen. Das tun wir dann auch. Ja, sehr schön. Und ansonsten können wir hier nochmal Schaden machen, damit wir den in der nächsten Runde auf jeden Fall weg haben. Ja, weil sonst wird es problematisch. Wir heilen uns mal komplett, was halt möglich ist. Wenn wir hier einen Schaden machen, machen wir hier und da. Okay, dann machen wir das hier so. Zack, zack. Okay, jetzt haben wir noch einen Schadenspunkt, den wir verteilen können. Dann schwächen wir den hier. Boah, ist das... Ah, ne, ne, wir haben hier uns ja geheilt. Wow. Ich dachte schon wieder, es wäre sehr, sehr knapp. Aber ist ja alles gar kein Problem. Okay. Ja, wir nehmen auf jeden Fall das hier. Dann werden wir den hier schwächen, weil der könnte uns kritisch einen Treffer verteilen. Okay, und werden das dann hier... Genau. Macht er nämlich da und da. Dann machen wir den hier weg. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Schaden quasi pariert. Also der Kessel ist echt schwierig. Der ist ein Problem. Wir verbrauchen jetzt die ganzen Heildränke, aber das ist halt eben tatsächlich notwendig. Okay. Wir machen hier Schaden. Machen nochmal Schaden. Machen den hier weg, weil der macht zwei Schaden. Ja, der bringt jetzt gleich nochmal einen dazu, aber ich will sie so schwächen, dass wir quasi in einem Zug vielleicht fast alle wegbekommen. Zumindest die, die problematisch sind. Ähm, sechs Schaden, dann hauen wir den weg. Ja, das war eigentlich doof, aber egal. Ich werde den hier nicht kaputt machen, weil dann bleibt er da. Wenn wir den nämlich jetzt kaputt gemacht hätten, dann hätte er hier nochmal zwei aufrufen können. Jetzt kann er nur einen dazu bringen. Äh, so, und dann machen wir hier das auch nochmal. Okay. Der ist weg. Okay, das war jetzt zwar ein bisschen langwierig, aber hauptsache wir haben es hinbekommen. Okay, zwei Schaden. Ähm. Der macht Schaden. Und da. Wir müssen eigentlich den hier kaputt bekommen. Ja. Aber wir bekommen alle weg, die Schaden machen. Und okay, die können uns keinen Schaden mehr machen. Sehr schön. Huh. Ja. Manchmal kann es ganz schön schwierig sein. Ähm, dann machen wir das hier so, damit das sich hier verteilt. Ähm, den besiegen wir. Wir machen hier Schaden, da ist er weg. Machen das hier. Hallen uns nochmal. Beenden den Zug. Und dann haben wir gleich den Bossgegner besiegt. Okay. Huh. Das ist schon... Das war wieder knapp. Also dieser Kessel, der ist gefährlich. Okay. Wir werden auf jeden Fall die Heildränke, den Erfahrungstrang mitnehmen. Ähm, Bluttrinker, das ist eine legendäre Waffe. Füge einer Kreatur einen Schaden zu. Erhöhe dann den Schaden um 1 bis maximal 7 Schaden. Ja, das ist ganz in Ordnung. Ähm, reduziere den Angriff auf einer Nicht-Boss-Kreatur um 2. Das können wir auch mitnehmen. Jetzt haben wir 19 Karten. Okay, jetzt heißt das, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, so, die Wahrsagerin. Ähm, es ist natürlich... Wir werden auf jeden Fall... Ähm, wo haben wir das? Hier eine Schicksalskarte, also so eine Tarotkarte. Mäßigkeit erhöhe deine maximal TP um 6. Du kannst nicht mehr als 5 Karten pro Zug spielen. Nein. Ähm, ich schicke alle doppelten Karten aus deinem Deck ins Exil. Du kannst keine identischen Karten in deinem Deck haben. Füge die Emerit-Karte deinem Deck hinzu. Äh, der Eremit. Eremit ziehe 2 zufällige Nicht-Heroische Karten aus dem Ablagestapel. Ja, nein. Der Magier ziehe am Anfang deines Zuges eine weitere Karte. Schicke 5 zufällige Karten aus deinem Deck ins Exil, wenn du diese Karte erhältst. Boah. Ich würde tatsächlich wiederholen. Das kennen wir, das kennen wir. Die oberste Karte deines Decks ist aufgedeckt. Kreaturen können keine Karten aus deinem Deck ins Exil schicken. Ja, ist in Ordnung. Ähm, damit... Sollte das eigentlich in Ordnung sein. Wir werden auf jeden Fall weitergehen. Wir haben ja kaum noch Gold... Also kaum Gold dazu bekommen. Boah, direkt zwei Schamanen. Okay, gut. Ähm, bevor wir heute machen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kompass. Bambuso. Und da war's von Ruhm. Bambus.